Echt? So, mein Samian, bitte. Hab ich's, lösch dich. Oh mein Gott, der... Wer wegläuft, schon wegläuft der Hund. Haha, was passiert da? Massenkarambulage! Jo, was geht ab, ihr Harams? Schon wieder ein neues Gameplay. Und zwar mit der RPG. Genau, so würde ich das Ganze spielen. Am besten ein Einsatzschild. Und dann, was ich hier machen würde, ist Eiltempo, damit du schnell unterwegs bist. Das Bombenkommando sowieso, weil jeder irgendwelche Granaten spammt. Und geil ist, weil du nicht immer am Schießen bist und die Leute spammen Drohnen. Das heißt, man sieht dich nicht. Genau. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, vergisst nicht die Glocke anzuschalten, damit ihr auch immer die Videos nicht verpasst. Vielen Dank für den Support. Macht's weiter so. Ich streame jeden Tag auf Twitch. Schaut vorbei unter So20. Viel Spaß beim Gameplay. Bis zum nächsten Mal. Halt! Komm. Richtig haram, aber ist so. Braucht ihr die RPG Munition? Ja, oder? Aber da muss ich... Ich brauche... Ich brauche... Ich habe keinen Plünderer. Okay, let's go. Wie bringe ich die Gegner zum Ragen? Da rechts... Ist jemand gestorben? Bro, da rechts ist einer. Schau mal, die, die mich wahr abcampen. Bro, die campen dich ja ab. Das ist unnormal, Train. Die campen dich da rechts ab. Zwei Sniper. National spielt wieder normal, glaube ich. Nee, er spielt immer noch Schild. Er spielt immer noch Schild. Wie treffe ich ihn nicht? Da reicht's, Alter. Der ist doch markiert, Bro. Chill. Da. Da drin ist einer. Hitmarker? Auf der Distanz? Was? Habt ihr das gerade gesehen? Also, die gingen in seinen Mund rein. Die gingen legit in seinen Mund rein. Ja, Budget wollten wir von zwei Metern machen. Ja, Moin. Er hat einfach goldene Schild. Ich seh's. Nein, ich goldene Schild. Dank. Hat er goldene Schild. Ja, man. Schaut aber geil aus. Goldene Schild schaut richtig geil aus. Direkt treffen, echt? So, meinst du, Train? Rabe, Alter. Ich brauch Plünderer. Granate kommt rein. Jade, du brauchst Bombenkommando. Dann kannst du nicht mehr sterben durch, durch RPGs. Äh, durch Charlie. Wir nehmen Charlie, 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 Charlie. Und B kommt dann rein. Oh mein Gott, wie ich ihn getötet hab. Hörst du den, hörst du den RPG-Schuss? Der macht so einen komischen Peitschton. Klatsch. Ich weiß nicht warum. Hört sich voll Stranger an. Der Schuss. Du bist so langsam. Du bist so langsam mit der RPG beim Schießen. Merkt sie das? Schau, 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 schau. Bam, bam. Wieso Peitsch? Warum Peitsch? Warum Peitsch? Warum hört sich das? Komm, Gegner rein. Geh das Gegner. Da liegt einer. Bruder, was ist das für ein Gameplay? Ich hab keinen Muni mehr. Ich brauchte einen Plünderer. Okay. Nimm mal kurz Plünderer mit. Aber ich hab keinen guten Kombi für Plünderer. Hat jemand Munition vielleicht sonst von euch? Wo ist mein RPG? Wo ist mein RPG? Ich hab Munitionsküste. Wo bist du? Warte ich. Ich hab meine RPG da liegen lassen. Ich weiß nicht wo sie liegt. Verschwindet die RPG irgendwann fanatic? Oder bleibt die? Ja, weiß ich gar nicht. Meine RPGs. Die verschwindet, gell? Scheiße. Da kommt jemand rein. Der ist umgefallen. Ich hab kein... Sobald sie leer ist, ist die weg. Ach so, auf dem Boden dann, meins. Und er mit seinem goldenen Schild so geil. Okay, ich muss kurz andere Teile spielen. Ich hab keinen Plünderer. Also RPG ohne Plünderer hat gar keinen Sinn. Wo ist den ganzen Gegner? Bro, ich finde die Gegner nicht. Ihr tötet die ganze Zeit, man. Was ist denn das für mich? Geschützt, geschützt. Auf Alpha. Alpha ist geschützt. Da ist die Geschützer schon. Ja, Moin. B, 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 B. Die pushen B. Die pushen B. Boah, mit RPG schießt er auf mich. Er schießt mit... Okay, warte. Schau schon, er spielt auch RPG. Warte. Aber da hab ich Overkill drinnen. Scheiße. Da, da. So, jetzt hab ich... Okay, passt. Let's go. Da ist es noch. Wie kann er nicht sterben? Da drinnen im Haus, gegenüber. Können Sie ihn mal töten? Er holt mich. Junge, dieser Typ chillt nur in diesem Haus drinnen. Er chillt nur da drinnen. Das hat sich noch nie weg bewegt. Drohne. Alter, bei Jake läuft's gerade. Ja, schau mal bei mir an, bitte. Das... RPG hört sich an. Jake wie Peitsche. Das macht so Klatsch. Ich weiß nicht warum. Der Sound hört sich so falsch an. Ja, richtig komischer Sound. Richtig, richtig strange. Da kommt einer gleich. Wo sind die? Ich pushe sie mit einer RPG. Oh, die kommen rein? Bruder, wo sind die? Junge, fast Doppel-Kill. Da oben, oben, oben ist einer. Wer ist oben? Die quitten gerade, gell? Die quitten gerade, die Gegner. Bruder. Ja. Wir spielen auch wie kleine... Wieso? Wir spielen wie die Profis. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Er killt Hitmarker. Er hat Hitmarker auf RPG bekommen gerade. Bei mir, bei mir hier. Ja, moin. Ich brauche Munition. Hebe ich die Muni wieder auf? Du kickst kein Muni durch Teil. Du kickst kein Muni durch Teil, gell? Du kickst kein Muni durch Plünderer oder was? Hä? Der spielt RPG? Kickt man durch Plünderer oder nein? Anscheinend nicht. Äh? Nur wenn du ihn killst. Ah, Mann. Warte mal. Dann müssen wir die Messer an, oder? Okay, ist weg. Scheiße. Mein Aim. Bruder, jetzt spiele ich RPG ab. Kein Aim mehr. Let's go. Oh, Alter. Fanatic macht hier Killstreaks. Let's go. Es ist so schwer. Sehr schön. Guck mal. Da ist noch einer, da ist noch einer. Links. RPG gegen, ja. Da ist ein RPG. Jäger. Ey. Er ist immer noch da. Hast du? Nein. Ich hab keinen Muni. Er spielt immer noch RPG. Er ist immer noch da. Nur ich kann ihn nicht töten. Ich kann ihn nicht töten. Ich hab keine Muni. Ich kann nur abcampen und warten, bis er kommt. Er steht da und schießt ganz nur RPGs rein. Ja, linke Seite ist jemand. Bei C komplett links. Da spielt RPG da hinten. Nein. Ich hab die Scheiße. Er ist immer noch hier. Da ist er. Habt ihr? Er ist tot, glaube ich. Ja. Ich brauche RPG Munition. Bruder, der Typ mit RPG. Ist einer mit RPG bei mir? Da oben? Was haben wir bei dir? Komm, wir töten ihn jetzt. Wir töten ihn jetzt. Er wird sterben. Wer wegläuft. Schon wegläuft der Hund. Was passiert da? Massenkarambulage. What the fuck? Schau mal. Schau mal. Gameplay. Was passiert da? Wir spielen halt legit. Fangst ihn. Fangst ihn. Okay. Geht nicht. Du brauchst eine Munitionskiste. Okay. Dann weiß ich nicht, warum wir auch Plünderer haben. Müssen andere teilnehmen. Schau den da oben an. Schau, schau. Was? Sein Schild hat gerade sein Leben gelettet. 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 Ja moin. Ich kann... Alter. RPG ist madig, weil du keine Munition... Zwei Munition. Ich brauch... Ja, ja. Ich brauch... Er hat einfach schon... Da kommt einer rein. RPG. Er hat zwei Leute. Er hat uns beide gerade getötet, Jake. Also du brauchst bei der RPG kein Teil. Kein Plünderer. Bringt nichts. Plünderer hat keinen Sinn. Plünderer hat keinen Sinn. RPG. Er ist halt immer noch da bestimmt. Er ist immer noch hier. Ja, ja. Er ist immer noch da. Wo ist er? Er war halt doch gerade hier. Er ist immer noch da. Ich glaub's nicht. Wieder RPG gekillt. Habe ich. Löscht nicht. Aber RPG macht Spaß. Hier ist einer an der Ecke. Junge, du musst nur gegen den Boden in der Nähe. Du musst gar nicht... Ah, ich brauch Muni-Kiste. Ich hab Muni-Kiste. Ich hab Muni-Kiste. Scheiße nicht mitgenommen. Scheiße. Aber die Spielkonto und ich kann immer noch nicht spielen. Nicht mehr. Scheiße, Jake. Kein Muni-Kisten. Dabei hat jemand... Egal, warte ich nie. Warte, ich hab Muni-Kisten. Warte, ich hab Muni-Kisten. Warte, ich hab Muni-Kisten. Kommt da einer rein? Da kommt einer rein. Da kommt einer rein. Er kommt rein. Son, andere Seite. Da. Hinter uns. Bei B mäßig. Da ist muss... Da ist einer. Ich weiß nicht, ob er noch da ist, aber da war einer. Ja, Moin. Hast du? Ne, ne. Wie du ihm hinterherläufst. Die haben... Du hast einfach Angst. Wenn jemand mit Schild kommt, du läufst einfach weg. Ich stun mich selber. Ah! Ja, ich hab Airlines Airlines gedrückt, Train. Und es manchmal... Ist so komisch. Du drückst die beide ab und es funktioniert nicht richtig. Wo sind die ganzen Gegner? RPG hat echt ein ganz großes Problem, Alter. Ganz... Klar. Guck ihn an. Der heißt ja auch so. Ich seh die Gegner nicht. Ich schwör, ich hab keine Ahnung, wo Gegner sind. Ich hab keine Ahnung. Ich lauf im Kreis, um Gegner zu suchen. Das ist Mardik. Okay. Ich muss Tal mitnehmen. Warte. Kann man das jetzt auch hier mitnehmen? Ähm... Anstatt Totenstille nehm ich einfach Munitionskiste mit. Ich brauche jetzt einfach mal Muni. Scheiß auf Totenstille. Ich bin eh laut. Mit RPG. Ich bin eh laut. RPG tötet dich eh, wenn du auf... Was? Hitmarke auf der Distanz. Alles klar, Netschko. Der hat Hitmarke bekommen auf der Distanz, RPG. Hör auf, Alter. Hör einfach auf. Ja klar, wenn du Emiralia ist, Alter. Feind ist ja wie toll. Wie kann er nicht sterben? Wie kann er nicht sterben? Wie konnte er nicht sterben grad? Versteh ich nicht. 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 Bei uns mache ich nicht. sequencesonstampaiert,